Also, wenn ihr auch mal bei der FCC Volksbank Platz nehmen wollt, und ich habe gehört, es gibt ja auch den ein oder anderen Fanclub in der Blumenstadt, herzlich willkommen zum besten Verein der Welt, dem FCK, das heißt Jena. Und das zum Beispiel ist ein Auto, so muss man rumfahren, um die Flagge zu zeigen. Und wenn ihr oder euer Auto auch so aussieht, dann schickt ihr uns die Fotos auf unserer Informationspage www.fcc1903.de, das ist die Homepage, auf der alle Fotos hochgeladen werden können, die ein Auto besitzen, das genauso beflacht ist mit dem FC Carl Zeiss Jena. Also gerne mitmachen, und Steve und Jeffers, herzlich willkommen bei uns seit Ehrengast heute zum Spiel, das FC Carl Zeiss Jena gewonnen hat, der übrigens die zwei Tribünen kamen. Ein Thema, und das... ...